Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, wir haben in einem Zimmer einen kleinen, bunten Kronleuchter. Für diesen habe ich vor längerem passende LED-Beleuchtung gesucht und auch gefunden. Die E14 Birnen waren in Form von Kerzenflammen und es sah richtig klasse aus. Das einzige Manko, die schön gestalteten Birnen waren, wie bei den meisten LED-Birnen üblich, im unteren Bereich dunkel. Das bedeutet, dass der Beleuchtungseffekt des Kronleuchters mit seinem 5x3 W-Kerzen eher mäßig war, da im Prinzip nur die Reflexion von der Decke für Beleuchtung sorgte. Ganz anders bei diesen LED-Kerzen. Hier sorgen Leuchtelemente, die entfernt an die Glühfäden von klassischen Glühbirnen erinnern, für Beleuchtung und dies bereits direkt über dem Gewinde. So entsteht eine gute und gleichmäßige Rundumbeleuchtung. Die Birne wird in einem schmucklosen hellbraunen Karton geliefert. Darin liegt sie eingepassten Tab-Elementen, die Transportschäden verhindern. Die Verarbeitung macht einen sauberen Eindruck. Der Kolben besteht aus echtem Glas und ist dementsprechend auch mit angemessener Vorsicht zu behandeln. Die 6 Leuchtelemente, sind wie bei klassischen Glühbirnen mit einem Draht an einem Glaskörper befestigt. In der Produktinformation bei Amazon werden sie mit einer Leistung vor 6 W angeben. Im direkten Vergleich mit den 3 W-Bärnen, die bisher im Kronleuchter verwendet wurden, erscheinen die neuen LEDs natürlich erheblich heller. Dazu kommt natürlich, dass sie auch nach unten abstrahlen. Sie ersetzen die alten LEDs sehr gut und es macht einen deutlich helleren Eindruck. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.